ARD Text im Auftrag von Funk Ah, fuck, ich bin, lass mich los! Bitte, bitte, nein! Ich tue mir nichts! Scheiße, ich tue es mal an! Was hast du vor? Okay, okay, ich geh ja schon! Ah, lass mich los, bitte! Bitte, ich tue mir auch nichts! Geh rein! Ich mach's dir schon rauf! Ah, was ist es hier? Ah ja, ich geh ja schon voran! Oh mein Gott, Grinch, lass mich einfach in Ruhe! Ich setz mich ja schon hin! Oh mein Gott, also lässt du mich jetzt hier alleine? Du bist so krank, bitte geh einfach rauf! Geh endlich weg! Los, geh raus! Scheiße, du sperrst mich hier doch eh ein! Jo! Grinch! Grinch! Mach die Tür auf! Hör auf, bitte! Hör auf, bitte! Alles geht nicht mehr! Scheiße! Oh mein Gott, hier muss doch irgendwas geben! Hier ist ein Schrank! Kann ich nicht aufmachen? Wie so ein Papier oder so, aber da ist nichts drin! Hier steht auch noch irgendwas drauf! Och man, wir müssen irgendwie in dem Keller von der Psychiatrie sein oder so! Scheiße, die lassen sich aber auch nicht umlegen! Wir können hier nichts machen! Fuck, machen wir den mal wieder zu! Hier oben sind noch irgendwelche Kabel! Ah, uns bringt das alles nicht weiter, Mann! Scheiße, wir kommen hier wirklich nicht mehr raus! Oh mein Gott, jetzt müssen wir warten, bis Grinch wieder kommt! Och, das kann doch nicht sein! Was? Was ist das? Oh, das ist irgendwie ein riesen Topf mit Flüssigkeit! Scheiße, was ist das? Das stand hier in der Ecke! Wie kann das sein? Dann stellen wir es erstmal wieder hin! Hier oben sind irgendwie solche mystischen Zeichen oder so drauf! Was soll das bedeuten? Freunde, wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare und gebt einen fetten Daumen nach oben! Und fuck, was mit meiner Hand passiert! Scheiße, die ist ganz blau! Hörbt das etwa ab? Das kann doch nicht sein! Ich habe es doch nur außen angefasst! Naja, egal! Und zu trinken haben wir auch nichts hier drin! Ich bin so durstig! Och Mann, aber was ist das? Vielleicht kann man das ja wirklich trinken! Aber es sieht nicht so aus! Es sieht irgendwie ein bisschen giftig aus oder so! Och, ich brauche irgendjemand, der sich mit giftigen Flüssigkeiten auskennt! Oder so! Und wer könnte mir da helfen? Ich habe es! Vielleicht Kammberg! Scheiße, ich habe mein Handy noch hier! Wir haben hier drin Empfang! Oh mein Gott! Scheiße! Dann können wir ihn anrufen! Okay, ich suche direkt mal Kammberg! Kammberg! Okay, rufen wir ihn direkt mal an! Okay, wartet! Ich mache ihn mal laut für euch! Dann könnt ihr auch mithören! Scheißes Welt! Hoffentlich geht er ran, Mann! Er war doch eigentlich auf dem Weg zu mir in die Psychiatrie! Ich bin ja hier eingesperrt! Jo, Kammberg! Bis außen kann ich nicht zu dir kommen! Ich habe gerade einen Platten bekommen und ich bin gerade mitten auf der Autobahn irgendwo! Hä, was? Ich bin mitten in der Psychiatrie! Du musst mir helfen! Ich bin eingesperrt vom Grinch! Er kann jederzeit wieder hier reinkommen! Ja, aber ich muss erst mal auf dem ADAC warten! Das ist doch Ewigkeiten! Ich kann nicht weiterfahren! Okay, scheiße! Aber warte, ich rufe dich aus einem bestimmten Grund an, okay? Hör mir jetzt genau zu! Okay! Ich habe vom Grinch seit ungefähr 24 Stunden nichts zu trinken bekommen! Und ich habe hier jetzt irgend so eine Karaffe gefunden mit so einer blauen Flüssigkeit drin! Oh mein Gott! Das könnte von Sonic sein! Was? Sonic? Wer ist das? Ich habe auch so einen Drink bekommen vor kurzem! Und ich habe den auch getrunken! Du hast nämlich die magischen Kräfte damit! Hä? Wie kann das sein? Der war von meiner Tür gelegen! Aber man kann ihn trinken, oder? Ja, trink ihn! Ich vermute mal, dass das Ganze clean ist! Trink ihn, Doktor! Okay, krass! Und du denkst, ich könnte ja auch aus dem Keller rauskommen? Ich meine, ich bin hier ja eingesperrt! Ja, vielleicht ist das die einzigste Möglichkeit! Wenn du das blaue Getränk trinkst, dass du irgendwie rauskommst! Okay, ja! Und du trinkst das Getränk! Ja, dann versuche ich das mal! Aber hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Ähm, das kann ich dir nicht sagen! Also, bei mir hat es Nebenwirkungen! Vielleicht bei dir nicht! Aber du bist ziemlich schnell damit! Trinkst am besten! Vielleicht kommst du dann raus! Boah, okay! Vielleicht kann ich so schnell gegen die Tür rennen, dass sie aufgeht! Bestimmt hundertprozentig! Deswegen trink es! Okay, dann mach ich das jetzt direkt! Vielleicht kann ich auch noch kommen! Ja, der ist noch nicht da! Okay? Okay, perfekt! Rufe mich dann an, okay? Ja, mach ich! Wir hören uns! Bis dann! Ciao, ciao! Oh mein Gott! Aber was hat hier irgendein Sonic Wasser gelagert in diesem Keller? Das ist übel blau! Pack aber, ich muss echt was trinken! Und wenn Kamberg sagt, das ist ungefährlich und wir könnten hier rauskommen, es verleiht uns irgendwelche super Kräfte, dann trinken wir das natürlich direkt! Ich stehe erstmal auf! Schrauben wir das mal auf! Das ist übel schwer! Mein Gott, das ist offen! Das riecht eigentlich ganz gut! Lass es uns direkt mal trinken! Oh! 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 Ist das gut! Ist wie Wasser! Nur ein bisschen süßlicher! Oh mein Gott, ich muss direkt mehr davon trinken! Boah, es ist gut, aber ich merke irgendwie noch nichts von der Energie! Ach! Irgendwie ist mir ein bisschen schwindelig! Mein Gott! Scheiß, ich muss mich hinlegen! Fuck! Vielleicht war das doch kein solches Wasser! Kamberg hatte doch nicht recht! Oh mein Gott! Fuck! Was ist mit meinen Händen los? Scheiß, was ist mit diesem Wasser? Ah! Ah! Sonic Exit! Ich muss hieraus! Ah! 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 Was ist hier passiert? Ich war doch in diesem Raum drin. Die Tür ist wieder abgeschlossen. Vielleicht hat hier irgend so ein Schließmechanismus. Aber ich bin voller Rufen Zeug irgendwie. Scheiße, was ist hier gerade passiert? Schreibt es mal in die Kommentare, Freunde. Mein Gott, fuck, wir sind im Keller der Psychiatrie. Und irgendwo muss hier auch noch Gamey sein. Scheiße, wir müssen ihn finden. Gamey? 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 Mein Gott, nein, hier geht es raus. Aber es ist relativ am Abend. Aber wir müssen noch Gamey suchen. Wir haben jetzt nur einen Fluchtweg gefunden. Vielleicht ist er hier drüben irgendwo. Gamey? Gamey? Hier kommt man irgendwie nicht rein. Man braucht einen Schlüssel. Scheiße, aber den hat Grinch hier doch bestimmt irgendwo versteckt. Wir müssen ihn finden. Vielleicht hier drin irgendwie? Sieht nicht so aus. Oder hier? In den Schränken mit dem Schloss, was man nicht aufkriegt. Wartet mal. Hier liegt ein Schlüssel. Er dürfte hier reinpassen. Öffnen wir ihn mal. Mein Gott, ja, er passt rein. Das könnte wirklich so eine Art Geheimfach sein. Drehen wir ihn. Let's go. Mein Gott. Scheiße, was ist das hier? Das ist wie so ein Zählerkasten oder so. Dreht sich irgendein Rädchen. Oh mein Gott. Irgendwelche Kontakte sind hier auch noch dran. Und fuck, was ist das? Das ist eine Art Schlüssel, oder? Vielleicht ist es der Schlüssel zu der Tür. Lass uns direkt drüber gehen. Fuck, kommt mit. Ich mach dir erst mal das Licht an, dann sehen wir direkt noch mehr. Okay, wir versuchen jetzt, ob er passt. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. So, endlich sind wir am Grinch seiner Psychiatrie angekommen. Ja, wir sind übel lange geflogen. Ja, das hast du recht. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Ja, ja, ich komm ja schon. Warum bist du eigentlich so schnell, du alter Mann? He he, Vogelmann, lass auf, was du sagst. Wo müssen wir eigentlich genau hingehen? Ich glaube, dort drüben in den Wald. Okay, dann lass uns da direkt mal hinlaufen. Ja, komm mit, Chef. Da vorne dürfte es direkt sein. Habe ich dir schon mal von meiner Lieblingssendungen erschallt? Nein, wie heißt sie? Enius, das ist eine Nachrichten-Sendung mit den Totemen des Tidges. Gerade ist eine Folge online gegangen. Dann lass sie uns doch direkt mal anschauen. Gut Idee, ich blende sie jetzt mal ein. Hallo, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Nämlich von mir, Michaela, präsentiere ich euch das vierte interaktive Video von Dr. Light und Comeback TV. Und zwar den Trailer. Ja, ja, ihr dachtet, jetzt kriegt ihr das ganze Video. Nein, nein. Erstmal den Trailer, meine Freunde. Denn wir wollen die Spannung erhalten gemeinsam. Also, genießt die Show. Bis bald. Pussy und bis dann. Tschüss. Pussy und bis dann. Tschüss. Pussy und bis dann. Tschüss. Tschüss. Outro